Wie ist die Anonymität im Internet und unsere Gesellschaft verändert? Sie ist im Bundesrat und ist netzpolitischer Sprecher für die Grünen. Um den heutigen Abend damit zu beginnen, möchte ich von Herrn Ingrid Brodniger mal wissen, was ist denn die Motivation hinter dem Buch gewesen und was sind die Grundgedanken, warum du überhaupt das Buch geschrieben hast? Ich habe jetzt, ich werde das oft gefragt, ich habe jetzt nicht so den einzündeten Moment, wo ich gedacht habe, das ist jetzt der Anlass, das war eher so. Ich bin ja als Journalistin auch mit digitalen Themen, mit der Frage, wie das Internet unsere Gesellschaft verändert, häufig beschäftigt. Und immer wieder kommt das Thema Anonymität auf und auch so diese Frage, wie wird online diskutiert, warum geht es online auch so rau zu. Und dann habe ich, ich habe auch mal eine große Geschichte dazu gemacht, wo ich Internetforenposter, Anonyme getroffen habe und mich auch ein bisschen schon damals in die ganze Psychologie dahinter eingearbeitet habe. Und ich mir dachte, da müsste ein Buch geben und es war so lustig, weil es gab wirklich kein Buch dazu. Und das war aber so ein naheliegendes Thema, fand ich irgendwie. Und so ist es gekommen, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, okay, dann schreibe ich das Buch. Und warum, was die Motivation ist, jetzt rückblickend betrachtet oder im Rahmen meiner Recherche, bin ich dann mehr und mehr drauf gekommen. Darum heißt das Buch auch Der unsichtbare Mensch, dass sehr häufig reden wir über die Anonymität im Internet als quasi Problemfaktor, als Erklärung, warum Menschen mitunter aggressiver oder unangenehmer zueinander wären. Und das ist ein Faktor, ich finde, das sollte man nicht ganz ausgrenzen. Aber was ich so im Rahmen einer Recherche herausgefunden habe, ist, dass es andere Faktoren und einen ganz wesentlichen Zusatzfaktor gibt. Und das ist das Gefühl von, das nennt man tatsächlich Unsichtbarkeit, nämlich, dass ich im Internet mein Gegenüber nicht sehe und dass ganz wichtige nonverbale Signale wegfallen. Also, wenn ich dich jetzt hier beleidigen würde, würdest du, du würdest mich schon mal gekränkt anschauen. Ich würde sofort merken, dass irgendwas falsch läuft. Ich selbstverständlich gar nicht drüber nachdenke. Und das bremst Menschen unheimlich ein. Und weil diese wichtigen Signale fehlen, führt das oft dazu, dass Menschen, auch wenn sie nicht mehr drüber nachdenken, schroffer werden. Und das Buch versucht so ein bisschen eine Debatte anzustoßen oder zumindest so Erklärungsversuche zu liefern, die man vielleicht bei verschiedensten Fällen dann auch immer wieder berücksichtigen kann. Marco, du hast uns heute zu dieser Diskussionsrunde eingeladen. Gemeinsam mit der Gründung und Bildungswerkstatt. Was ist deine Überlegung dahinter, deine Motivation? Als Politiker ist es natürlich auffällig und wahrnehmbar, dass sich politische Kommunikation in einem ganz erheblichen Ausmaß ändert. Während, und man darf auch nicht vergessen, dass wir in der Politik ja auch unterschiedlichste Generationen mit unterschiedlichsten Herkünften sind. Wir haben ja von Digital Natives bis immer auch noch Menschen, die sich die E-Mails von der Sekretärin ausdrucken lassen. So ist es normal. Dass diese Kommunikation sich sehr dramatisch geändert hat, indem man direkt Feedback bekommt, indem man auch mit Wähler und Wählerinnen in einem Direktgespräch eingeht. Anders gesagt, Politiker und Politikerinnen reden jetzt nicht nur, sondern sie müssen jetzt auch in einer ganz anderen Art und Weise anfangen zuzuhören. Das, was man eigentlich nur in Wahlkämpfen bei Standeln und auf der Straße gemacht hat, hast du jetzt täglich. Auf deinem Twitter-Account, in deinem Facebook-Profil oder wo auch immer. Oder auf deinem Blog, wenn du einen hast. Und ich glaube, dass es in dieser Phase, wo wir jetzt stehen, wo das Internet auch jetzt steht, wo die großen demokratiepolitischen Veränderungen, und die Hoffnungen auch in das Internet abgelöst wurden durch auch mehr Nüchternheit, was nicht unbedingt schlecht sein muss, glaube ich. Auch gepaart mit, dass es eben diese Shitstorms gibt, dass du von Hass überwältigt werden kannst. Ich glaube, dass wir die Politik selber in der Kommunikation ganz tief und intensiv auch über sich selbst nachdenken müssen, über seine eigene Kommunikation. Was wahrscheinlich weiter zurückgeht als nur das Internet. Es geht stark auch um Boulevardisierung der öffentlichen Diskussion. Es geht sehr stark um Fragen wie Authentizität. Aber eben auch das, wer hat die Weisheit mit dem Löffel gefreißen, um es mal so ganz einfach zu sagen. Weil die Machtverhältnisse sich durch das Internet auch geändert haben. Das Internet hat zu einem erheblichen Grad auch dazu beigetragen, dass Politiker und Politiker nicht unbedingt mehr die Hoheit, die Meinungshoheit haben und Meinungen vorgeben können. Und dann wird das in Zeitungen gedruckt und die Leute müssen das zur Kenntnis nehmen und dann wird vielleicht am Stammtisch darüber diskutiert, sondern es wird direkt übermittelt, was sie davon halten. Ich gehe davon aus, es kennt jeder Facebook, es kennt jeder Twitter, es kennt jeder Blogs und wie man darin diskutieren kann. Die Diskussion hat einmal zwei große Schlagwörter im Namen, das heißt Shitstorm und Flower Rain. Das heißt, ich würde zu Beginn einmal zuerst diese zwei Begriffe klären, was das eigentlich ist. Was ist ein Shitstorm eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen? So, jetzt die lexikale Definition habe ich ad hoc nicht zur Hand, aber ich lasse es mich kurz beschreiben. Ein Shitstorm ist ein Phänomen, bei dem es zu einer Massenaufregung kommt, in digitalen Kanäle, wo sehr oft eine Aussage, ein Verhalten vorangegangen ist, das viele User empörend finden. Und charaktisch, ganz speziell für den Shitstorm ist auch, dass da nicht nur eine große Empörung ist, sondern dass diese Empörung so riesig wird, dass einerseits das quasi skaliert, dass ich im Internet eine Empörung habe, wie ich sie nicht offline zustande kriegen würde. Und andererseits, eine Besonderheit am Shitstorm ist auch, dass dann am Ende oft gar nicht mehr über den eigentlichen Anlass diskutiert wird, sondern die Diskussion so drei Ebenen weiter verläuft und dann über die Person an sich oder die Menschen, die gegenseitig streiten, gegeneinander streiten. Also das Besondere am Shitstorm ist, dass es auch so ein Zyklus durchlauft, von einem vermeintlichen Verstoß am Anfang zu einer Empörungswelle und die Empörungswelle am Ende dann eigentlich sich oft gar nicht mehr bezieht auf das, was am Anfang war. Und das macht Shitstorms so unglaublich unberechenbar. Ist die Zeitdauer eines Shitstorms berechenbar? Dauert das eine Woche, ein Monat oder ist es eine Angelegenheit von, wenn man sich vorstellen kann, ein, zwei, drei Tage? Also berechenbar ist es nicht, aber Shitstorms sind jetzt nichts, was über Jahre hinweg laufen würde. Es könnten vielleicht mehrere Shitstorms immer wieder auf einer ähnlichen Welle sozusagen reiten, aber die Empörung nimmt dann natürlich schon nach einer gewissen Zeit ab. Das kann auch durchaus weit über eine Woche sein oder über Wochen hinweg. Die Deutsche Telekom hat zum Beispiel recht lange es geschafft, einen Shitstorm immer wieder auch mit anzutreiben, aber im Grunde sind es schon Phänomene, die auch irgendwann abklingen. Und es ist bei einem Shitstorm, bei einer ORF-Moderatorin, der Begriff des Flower Rains auf Twitter aufgekommen. Was ist denn das? Was kann man sich darunter vorstellen? Genau, der Flower Rain ist, das ist in Österreich erfunden worden, der Flower Rain soll so die Gegenmaßnahme zum Shitstorm sein. Das war bei der Lisa Gartenstätter, die kritisiert wurde für ihren Umgang mit einem islamischen Diskutanten im Fernsehen. Und da war dann die Idee, weil auch so viel unfaire Aggression da war, dass man ihr online einen Flower Rain schenkt, dass man quasi sie lobt und versucht ihr Mut zu machen, um zu zeigen, es sehen nicht alle Menschen so wie diejenigen, die sie kritisiert haben. Es gibt auch den Flauschsturm, das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip, das wurde in Deutschland erfunden. Ich bin mehr skeptisch bei dem Ganzen, weil es ist, was da so ein bisschen mitschwingt, ist, dass wir einzelnen User für Gerechtigkeit sorgen müssen. Und ich glaube, das ist ein Zugang, der nicht funktionieren kann. Ein Beispiel, ein riesiges Problem mit Online-Hass haben Feministen im Internet. Die werden oft quasi überschüttet mit Hasspostings, mit Häme, mit Gemeinheiten. Und da gibt es dann immer wieder Diskussionen, was man machen soll. Und dann gab es auch zum Beispiel einmal die Überlegung, man könnte ja einen Tag im Jahr zum sozusagen Aktionstag machen und dann posten alle gegen die bösen Antifeministen im Internet an. Und ich denke mir dann immer, das zeigt genau das Problem, weil dann haben wir einen Tag, wo es okay läuft und 364 Tage funktioniert es nicht. Also ich kann nicht solche Proportionen herstellen. Die 200.000 Menschen, die sich vielleicht irgendwo aufregen, sind doch immer mehr als die 20.000 oder 2.000 Menschen, die dann vielleicht einen Flower Rain posten. Also das ist, es ist gut gemeint, aber ich glaube, es ist keine Lösung. Shitstorm und Flower Rain, Marco Scheuder, selbst schon Erfahrungen damit gemacht? Von politischer Seite her? Ja, jetzt nicht in der Intensität, wie eine Hanni Schossig. Was ich erlebt habe, das war eher in der Kommentarebene auf Zeitungen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich war, ich habe zum ersten Mal ein öffentliches Amt inne gehabt, 2005, als ich Gemeinderat geworden bin. Natürlich bist du zu einem gewissen Grad angreifbar, war zum einen nicht in Österreich geboren, zum anderen auch noch schwul. Das kann natürlich schon zu gewissen Reizwörtern für manche beides, also auf jeden Fall, der allererste Komment, den ich je bekommen habe, über eine Geschichte, die Presse hat über mich geschrieben, die haben vier neue Gemeinderäte damals in Wien vorgestellt und andere nicht, und der erste Komment war, schleicht dich heim nach Holland. Und dann habe ich so gewusst, okay, willkommen in der Politik. Ich habe es jetzt nicht wirklich rasend ernst genommen, muss ich dazu sagen. Aber es war dann schon, und dann war die zweite Geschichte, ich war gerade erst ein paar Wochen Gemeinderat, dann war die erste große mediale Geschichte, die ich gemacht habe, eine Geschichte, die ich heute noch betreue, weil sie mir immer noch wichtig ist, das ist die Rettung des jüdischen Friedhofs in Wering. Und wir hatten dann eine Geschichte auch auf der Standard-AT. Und da habe ich eine interessante Erfahrung gemacht, und ich habe das auch in deinem Buch gefunden, es gab dann unglaublich viele negative Kommentare, die so in die Richtung gehen, die Juden haben doch eh so viel Geld. Also ganz klar, sehr antisemitische Äußerungen, und das ging gleich so dahin, also alle Postings, und ich dachte, wo geht das jetzt hin? Und dann habe ich mich entschlossen zu posten, selbst zu posten. Und dann habe ich nur, und ich bin sehr sachlich geblieben. Also ich habe zum Beispiel, wenn einer gesagt hat, die haben doch eh so viel Geld, und so, habe ich geantwortet, vielleicht ist es dir nicht bewusst, aber ich möchte dir eine Erinnerung rufen, dass es vor 1938 250.000 Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde gab, heute gibt es 7.500. und ich denke, sie wissen warum. Und dann ist schlagartig die Diskussion eine andere geworden. Ich habe dazu mehreren solchen Postings dann auch geantwortet, zum einen waren sie alle überrascht, dass derjenige, der diese Geschichte vorangetrieben hat, also der sozusagen zitiert wird im Artikel, selber die Kommentare liest und auch antwortet. Und damit hatten sie nicht gerechnet. Das ist etwas, was habe ich dann eigentlich weitergegeben, ich habe das meistens bei den Artikeln gemacht, wo ich sozusagen der Träger eine Geschichte. Und ich war erstaunt, wie sehr das hilft. Da möchte ich nur eine Sache, also da sind voll sehr viele spannende Aspekte drin, was du beschreibst, ist ja eine gewisse aggressive Grundhaltung gegenüber allem Politischen, vielleicht auch bei dir besonders, wegen deiner Homosexualität und wegen deiner Herkunft, wobei ich nicht weiß, ob die Holländer die größte, meistgehasste Ethnizität ist. Nein, ich bin kein holländischer Muslime, das wäre vielleicht noch ein bisschen schlimm. Ich vermute, das wäre höchstens interessant. Aber was ich glaube ganz wichtig ist beim Thema Shitstorm, dass der Begriff Shitstorm viel zu schnell eingesetzt wird, weil nahezu nichts ist ein Shitstorm, was bereits als Shitstorm bezeichnet wird. Ein richtiger Shitstorm, der ist mehr als 100 böse Postings, selbst bei 100 bösen Postings ist in meinen Augen noch kein Shitstorm da. Das muss ein Ausmaß annehmen, dass zum Beispiel auch Medien tatsächlich über diese Häme und den Hass im Internet berichten. Erst dann ist es ein richtiger Shitstorm. Das ist nämlich so, ich kriege das auch immer bei Journalisten mit, da schreibt irgendjemand etwas, das einige blöd finden, dann posten andere, dann streitet man zwei, drei Tage im Internet darüber herum und irgendjemand sagt, das war so ein schiercher Shitstorm. Und dann denke ich mir, naja, das ist unangenehm und da sieht man auch viele Probleme, aber ein richtiger Shitstorm ist tatsächlich etwas, das dann wieder zum eigenen Thema werden kann. Es gibt so Shitböen. Genau. Das ist sogar der generelle Mief, der sich da auf verschiedensten Ebenen verbreitet. Es gibt ja so beim Shitstorm unterschiedliche Rollen und im Buch wird ja die Rolle des Trolls kurz beschrieben. Was ist denn das genau? Genau. Der Troll ist auch wieder ein Begriff, der dauernd verwendet wird und meistens aber falsch oder zu breit. Also ein klassischer Troll ist jemand, der, ich sage immer, ein Hacker unserer Gefühle. Ein Troll will andere Menschen auf die Palme bringen. Er will negative Gefühle sehen, weil im Trolldenken bin ich klüger und emotionale haben, wenn ich jederzeit das Gefühl habe, dass ich dem anderen mit einem Posting quasi total aus der Fassung bringen kann. Da sind so Machtvorstellungen auch drin und auch generell Schadenfreude. Das macht den klassischen Troll aus. Der postet Dinge in erster Linie, weil er andere verletzen will und weil er das Gefühl haben will, er kann sie manipulieren auf eine negative Art und Weise. Das ist der klassische Troll, der zum Beispiel dann auch so Sachen macht wie, der schreibt ja nicht immer böse Dinge, der schreibt mitunter auch Dinge, einfach nur dumme Fragen. Und dann antwortet wer anders und erklärt ihm das und der Troll findet das super lustig, dass er mit seinen dummen Fragen dann dazu führt, dass der andere das erklärt und dann postet jemand drunter und sagt, du stellst so dumme Fragen und der Nächste sagt, hey, lass ihn doch und auf einmal führt das zu einem unglaublichen Streit in der Community. Also er will negative Gefühle verbreiten. Und das ist ein richtiger Troll. Was wir oft als Trolle bezeichnen, sind schwierige Persönlichkeiten oder Leute, die ein aggressives Diskussionsverhalten haben. Das ist im klassischen Sinne aber kein Troll an sich. Es ist eine Zeile im Buch, die mir ganz gut gefallen hat. Warum sind Störenfriede im Netz so erfolgreich? Und vor allem das so erfolgreich. Das ist so rausgestochen. Was ist Erfolg in diesem Zusammenhang? Erfolg ist, das ist sogar lustig, weil das ist so bei meiner eigenen Recherche so etwas gewesen, was mir erst mit der Zeit klar geworden ist, dass wir unglaublich beherrscht werden in der gesamten Online-Debatte von einigen wenigen, die eine unangenehme Art haben. Und unangenehm ist nicht das Problem, sondern eine renitent untergriffige Art. Erfolgreich heißt folgendes. Und ganz oft, wenn man auf ein Zeitungsforum schaut oder auf eine öffentliche Debatte auf Facebook, bekommt das einen Troll, der unangenehm ist. Das heißt, oft schafft es eine Minderheit, ein Thema an sich zu reißen. Und alle anderen sitzen dann gemeinsam in diesem Mini-Forum und müssen sich mit all diesen negativen Dingen beschäftigen. Also so erfolgreich heißt das, dass oft wenige, die aggressiv sind, das ganze Thema an sich heranreißen. Und wir irgendwie keine guten Rezepte bisher haben, wie man damit umgeht. Und ich sage es noch einmal, das beste Beispiel in meinen Augen ist immer der Antifeminismus, weil das ist eigentlich eine Minderheit, die gezielt in vorn hineingeht und so untergriffig postet, dass die anderen das Gefühl haben, sie müssen dann genau darüber reden. Und dann wird eigentlich nicht mehr über den Artikel oder den Anlass diskutiert, sondern eigentlich nur noch gegenseitig so herumgestritten. Und das ist Erfolg. Damit ist die Debatte dann aus. Ja, gerade der an den Antifeminismus, dann glaube ich, dann kann man ein sehr gutes Beispiel nehmen, weil das Wort Genderwahn, das ist für mich einer der trolligsten Wörter, sozusagen die das Internet in den letzten Jahren erfunden hat, hat ja aber schon auch dazu geführt, dass politische Parteien das aufgenommen haben und damit Politik zu machen. Das heißt, da ist ein Online-Getrolle, so nenne ich das jetzt einfach mal, schon auch zu einer politischen Agenda geworden, über das Internet hinaus. Also es gibt ja sogar Politikerinnen, die haben ein Buch geschrieben dann mit diesem Titel. Und da halte ich es schon für gefährlich, wenn solche extrem hasserfüllten, auch wirklich Minderheitenpositionen, so nach und nach sich breit machen und in der mitteligen Gesellschaft auch ankommen. Also das erfüllt mich dann schon mit Sorge. Genau, weil du gesagt hast, erfolgreich. Das ist eigentlich die wirkliche Gefahr bei dem Ganzen. Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil die wirkliche Gefahr ist ja nicht, dass dann einzelne Menschen beleidigt sind oder alle einen schlechten Abend haben und irgendwie grantig schlafen gehen. Die größere Gefahr ist, dass gesellschaftspolitische Themen komplett verhaut werden damit und so eine aggressive Grundstimmung gegenüber gewissen Anliegen eintritt. Und das ist jetzt nicht nur so Panikmache. Da gibt es eine wunderbare Studie dazu. Nämlich die Frage ist ja, wie wirkt sich das aus, wenn wir dauernd aggressive Postings zu wichtigen gesellschaftlichen Themen lesen. Und ein paar Forscher der University of Wisconsin haben versucht, das in einem kleinen Rahmen nachzutesten. Die haben sich das Thema Nanotechnologie eigentlich ein ziemlich neutrales Thema angesehen, haben einen Blogartikel verpasst und haben, der möglichst neutral formuliert war. Also es ging um die Vor- und Nachteile von Nanotechnologie. Es sollte so formuliert sein, dass es fair ist und ausgewogen. Und unter diesem Blog-Eintrag wurden dann Kommentare veröffentlicht, wo die User miteinander drüber stritten, wie Nanotechnologie wirklich ist. Und die eine Hälfte der Probanden diesem Experiment, die lasen ganz normal, also die lasen sachliche, aber schon diskutierfreudige Kommentare. Also Kommentare, wo man sich nicht einer Meinung war, aber sich nicht beleidigt hat. Und die andere Hälfte lasst die exakt gleichen Kommentare, nur da waren dann Schiefworte eingebaut. Es war ein wirklich genau gleicher Satz, nur dann war nachher noch, und wer das nicht versteht, ist ein Idiot. Oder solche Sätze waren eingefügt. Aber inhaltlich war genau das Gleiche dann. Und das waren über tausend Menschen, die da befragt worden sind. Und die Forscher selbst nennen ihre Ergebnisse, bezeichnen sie als verstörend, weil die zwei Gruppen, die eigentlich die gleichen Argumente lasen, nur die einen lasen auch noch Beleidigungen, haben den Artikel nachher komplett anders interpretiert. Die eine Gruppe, die die Beleidigungen las, war dem Thema Nanotechnologie nachher negativ gegenüber eingestellt. Und das führt dann auch zu Fragen, und die Forscher sagen, sie können nicht sagen, was das für jedes einzelne Thema, das gesellschaftlich ausdiskutiert wird, im Internet bedeutet. Aber sie sprechen vom Nasty-Effekt, also dass Hasspostings quasi dazu führen können, dass man einem Artikel oder einem Thema im Artikel viel negativer gegenübersteht. Und das ist dann bei Themen wie dem Feminismus umso perfider, weil quasi ein gesellschaftliches Anliegen tatsächlich deserviert werden könnte. Und das ist eben genau die Gefahr, dass man damit quasi über solche vereinzelte Hasspostings quasi im gesamten politischen Mainstream etwas verändern kann. Wir erleben das jetzt auch gerade aktuell in den Foren, sage ich mal, bei jeder Geschichte zum islamischen Staat. Da wird nicht von Radikalen, von Fundamentalisten, da wird nicht differenziert, sondern der Islam ist schlechthin das Böse. Und das erlebst du natürlich jetzt auch in der politischen Debatte, wobei das war vorher auch schon so, muss man sagen. Aber es ist jetzt noch extremer geworden. Völlig ausblendend, dass diejenigen, die da vorfliehen, auch Muslime sind. Völlig ignorierend, dass die Schiiten auch davor fliehen, dass die Kurden davor fliehen, dass die Sieden davor fliehen. Es ist grundsätzlich, man hat das Böse definiert. Und das macht sich dann schon breit. Und ich finde, da muss man auch in der politischen Diskussion auch darüber nachdenken, und ich glaube auch die Medien müssen dann darüber nachdenken, wie schafft man sozusagen ein differenzierteres Bild. Also wie reagiert man auch darauf? Weil das führt ja wohin, wo man, glaube ich, weder die Medienwelt noch die Politik noch irgendjemand eigentlich hin will. Außer Radikale. Es führt auch dahin, was beim Nesti-Effekt eben, was ich nachgelesen habe, zu einer Polarisierung der Gesellschaft und zu einem Auseinandertriften der Gesellschaft. Die Frage ist, wohin driftet es? Das ist lustig, um vielleicht auch das Wort Shitstorm mal wieder einzuwerfen. Einer der größten Shitstorms, die wir in Österreich erlebt haben, hat ja die Frauenministerin Gabriele Heinisch-Frosek betroffen, die es als Frauenministerin gewagt hat, zu verteidigen, dass in der Hymne auch Frauen erwähnt werden. Ich finde das schon einmal inhaltlich total spannend, dass sie eigentlich dafür kritisiert wird, dass sie im Grunde ihren Job macht, irgendwo. Aber darüber kann man streiten. Also über die Hymne kann man streiten. Sie hat diese Hymne verteidigt und wurde dann dafür von Tausenden mitunter extrem aggressiv angegangen und hat quasi mit einem etwas, ein bisschen keckigen, ein bisschen pointierteren Posting und Foto auf einmal eine riesige Debatte losgetreten. Und ich habe dann nachher mir überlegt, was hat das eigentlich dann bewirkt politisch? Diejenigen, die finden, die alte Hymne war gut, Frauen brauchen da nicht erwähnt werden und generell ist die Politik da von aggressiven Feministinnen beherrscht, die werden die gleiche Meinung gehabt haben wie vorher. Und ich glaube aber auch, dass diejenigen, die quasi pro Feminismus, pro neue Hymne sind, exakt auch die gleiche Meinung haben wie vor. Was aber tatsächlich passiert ist, dass beide Lager radikalisiert werden oder noch weniger aufeinander zugehen können. Und in dem Fall, glaube ich, ist das jetzt kein großer Unterschied zu vorher. Da gibt es schon eine generelle Streitslust in diesem Bereich. Aber das ist schon problematisch, weil zum Beispiel manchen Politiker so eine Polarisierung dann nicht haben will und sich gerade zu solchen Themen dann lieber nicht äußert, weil er nicht tagelang 8000 Postings lesen lassen will. Man muss sich das so vorstellen, dass dann zwei, drei Mitarbeiterinnen aus dem Ministerium dann tausende Postings lesen durften und schauen durften, wo die schwersten Gewaltandrohungen sind, weil das wird gerade noch gelöscht. Und da ist schon eine Gefahr für den politischen Diskurs da. Ich kenne das Beispiel von Ulrike Lunacek. Sie hat im Europaparlament einen Roadmap against Homophobia eingebracht, also einen Fahrplan gegen Homophobie. Das war insofern interessant, weil es gab schon lauter Roadmaps der Europäischen Union, also gegen Antiziganismus, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Islamfeindlichkeit. Nur eben Homophobie gab es nicht. Und die Ulrike TV hat das geplant, mit NGOs hat das entwickelt, das ins Parlament eingebracht. Es waren 100.000 Mails die Antwort und eine gehackte Website. Also ihre Website wurde gehackt und die 100.000 Mails. Und das Interessante war, was sie mir auch berichtet hat, dass manche, die das wirklich unterstützen wollten im Europaparlament, vor allem aus der konservativen Ecke, also wirklich irritiert hatte und sie sich auch plötzlich nicht mehr so sicher waren. Weil auf der einen Seite fanden das völlig klar, dass sie, also vor allem jetzt die humanistischeren Konservativen, das im Grunde unterstützten. und wie, also eigentlich, das war das Interessante, die Ulrike Lunacek selbst war beispielsweise, fühlte sich gar nicht so, oder so, die hätte sich ja sowieso nicht von ihrem Plan abrückt, die hätte nie abgerückt. Allerdings, dass sozusagen Leute, die sich unterstützen, ein bisschen stiller und nicht so laut, die sich dann irgendwie denken, ich werde dann diesen Ja-Knopf drücken im Europaparlament, sich plötzlich irritiert fühlen und sich nicht sicher fühlen, das passiert dann. Das ist zum Glück gut ausgegangen, es ist eine Mehrheit für diese Roadmap da gewesen. Ich habe nur diesen Mechanismus interessant gefunden, welche Unsicherheiten sich dann auch bei anderen breit machen. Man darf ja nicht vergessen, dass auch in der Politik nicht alle Experte und Experten auf jedem Gebiet sind. Also ich habe immer gesagt, ich möchte niemals in meinem Leben Gesundheitsminister werden, weil Gesundheitspolitik ist so überhaupt nicht mein Ding. wenn jetzt ich allerdings trotzdem meine Hand heben sollte oder auch nicht und da ist eine Riesendiskussion zu irgendeinem Thema, dann würde ich auch vielleicht kurz verunsichert sein, weil ich mich nicht den ganzen Tag mit Gesundheitspolitik beschäftige. Und was ganz lustig ist, wenn man einen klassischen Shitstorm hat, es gibt ein weiteres Phänomen, das erklärt, warum bei einem klassischen Shitstorm wann es richtig losgeht und wann User besonders draufhauen. Und das ist nämlich auch die Filterbubble. Das zeigt sich nämlich, dass wenn in meinem Freundeskreis alle gleich denken und keine dissonanten Meinungen auftreten, ich mich eher veranlagt fühle oder bemüßigt fühle, auch noch mit draufzuhauen. Und wenn aber in meinem Facebook-Feed zum Beispiel die Leute dann in meinem Feed, in meinem Bekanntenkreis gespalten sind oder so nicht so ganz ein sind, wirkt sich das dramatisch bremsend aus. Das ist ganz interessant, weil das für so Social Media Manager ganz eine wichtige Information ist, weil wenn ich es schaffe, früh gegenzumobilisieren und auch breit gegenzumobilisieren, dass das für viele nicht so nach einer Gmatenwiesen ausschaut, auf die kann man jetzt draufhauen, weil da sind eh alle dagegen. Kann man tatsächlich teilweise das Allerschlimmste rausnehmen? Da gibt es Untersuchungen dazu. Also da sieht man eben auch, dass wenn eine gewisse Grundstimmung in meinem sozialen Umfeld dasteht, dann passiert das eher. Und das Problem ist halt aufversichtlich, dass wir sehen, was es für Grundstimmungen in manchen Milieus gibt, aber dass es natürlich auch noch vertieft wird, wenn ich über Social Media dann nur diese Aggression eingeblendet bekomme. also da verstärkt sich dann das tatsächlich. Ich finde, dass das Wort Shitstorm auch manchmal falsch verwendet wird, weil es gibt ja auch so etwas wie berechtigten Protest. Das darf man ja nicht vergessen. Wenn er nämlich inhaltlich begründet ist und wenn er nicht sich zielgerichtet unter der Gürtellinie oder durch Kraftausdrücke oder Schimpfwerte, nur die kommen dann leider auch oft vor, auch beim berechtigten Protest, das muss man dazu sagen. Wir haben ja selber festgestellt, dass wir beide mal bei etwas mitgemacht haben, vorhin, nämlich bei Niki Lauda. Da haben wir beide, aber damals gab es, das Wort Shitstorm gerade ist neu gewesen, da kann ich mich erinnern. Und ich glaube, man hat das auch immer gesagt, das war der erste Shitstorm Österreich, das hat da noch irgendjemand behauptet. Also der Hintergrund war damals, als der Niki Lauda in einem Interview gesagt hat, er ist sau auf den ORF, weil der Alfons Haider mit einem Mann tanzen darf. Und nun hat der Niki Lauda nun auch eine Fluglinie. Und dann haben unglaublich viele, unter anderem wir beide, User und Userinnen, sind dann auf die Fly Niki-Seite gegangen. Heißt das jetzt noch Fly Niki? Ich vergesse das immer. Ja, ja, Lauda, er war früher. Die Fly Niki-Seite gegangen. Ich habe dann zum Beispiel gefragt, ja, und darf ich da mit meinem Mann durch den Mittelgang tanzen oder werde ich dann aus dem Flieger geworfen? Und so. Das war aber auch witzig. Es war jetzt nicht, ich glaube, man hat jetzt nicht den Niki Lauda, es gab auch Postings von den Niki Lauda persönlich zutiefst angegriffen wurde, auch unter der Gürtellinie. Aber es waren eigentlich sehr lustige Geschichten, es waren sehr lustige Kommentare. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das Wort Shitstorm überhaupt passt. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren erst herauskristallisiert, dass da das Produkt, der Name Shitstorm, sich strukturiert hat. Also ich glaube, dass der Name Shitstorm oder die Bezeichnung Shitstorm trifft da schon zu, weil eben, ich habe gesagt, oder wenn man das so definiert, dass es ein gefühlter Fehltritt ist, dann kann das Gefühl ja richtig liegen und das Gefühl kann falsch liegen. Das ist jetzt eine sehr subjektive Einschätzung natürlich. Und wie ist das im Nachhinein total unangenehm, dass ich auch bei einem Shitstorm aktiv einmal, ich habe es eh ganz harmlos gepostet, dass ich das nicht okay finde, was weiß ich, ist denn sicher kein Schirmvater vorgekommen. Bei mir auch nicht. Aber natürlich kann ein Shitstorm ja ein berechtigtes Interesse vorantreiben. Die Gefahr ist halt irgendwann, dass es so kippt und was ich vorhin erzähle, dass dann irgendwann auch z.B. so auf die Person auf einmal geht und so untergriffig wird, dass man jemandem quasi gar nicht mehr einen Ausweg mehr lässt. Also das ist die eine Gefahr. Und die Antifeministinnen erleben es ja auch als berechtigten Protest. Die glauben ja, dass das ein berechtigter Protest ist. Ja, das mit Sicherheit. Es wird ja jeder glauben, er ist ihm recht bei dem Ganzen. Aber was lustig ist, es gibt ja tatsächlich eigentlich so quasi gute Shitstorms. Und da gibt es ein Beispiel von Royal Canin, diese Tierfuttermarke, die hat in Osteuropa so mitfinanziert, so brutale Bärenkämpfe. Ich glaube, das war so, dass Hunde, arme Bären total quasi halb tot gebissen haben und wirklich ganz schier. Und es ist aufgeflogen, dass ausgerechnet Royal Canin als tierfreundliche Marke diese Kämpfe mitfinanziert. Das hat nicht super gut zusammengepasst. Das hat, glaube ich, der WWF aufgedeckt. Auf jeden Fall hat es dann für riesige Empörungswellen gesorgt. Woran man überhaupt nicht denkt, ist, dass man, man kann es ein bisschen zum Drive-By-Opfer werden oder so ein bisschen zum Kollateralschaden von Shitstorms. Ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, dass auf einmal dieser Tierfutteranbieter oder Tierzubehöranbieter Fressnav auf einmal auch mitten im Shitstorm drin war, weil die Leute waren so wütend und enttäuscht und sind dann alle zu Fressnav oder viele zu Fressnav Facebook-Seite gegangen und haben geschrieben, ihr macht da auch mit, ich bin so enttäuscht, ihr seid da das Gleiche, euch sind die Tiere ja gar nicht wichtig, ihr wollt ja nur Geld machen. Und die waren auf einmal auch mit unzähligen Postings überschwemmt, die total aggressiv waren in ihrer Richtung, ohne dass die irgendwas an diesen Bären kämpfen konnten. Und die haben es aber sehr klug gemacht, weil die sind dann darauf eingestiegen und gesagt, ja, wir haben das auch erfahren und sind total schockiert und wir werden uns jetzt erkundigen, was das heißt. Und das ist jetzt ziemlich wenig. Und dann haben die Leute weiter gepostet und dann haben sie immer gesagt, ja, wir haben jetzt versucht, jetzt Kontakt aufzunehmen, haben noch nichts gehört, wir haben folgende Fragen und wir werden denen ein Ultimatum stellen. Und wenn sie dieses Ultimatum nicht erfüllen, dann wird Royal Conin aus dem Sortiment genommen. Und dann haben die das Ultimatum nicht erfüllt und ich glaube, die haben auch kurzfristig das aus dem Sortiment genommen. Auf jeden Fall haben sie reagiert und haben dann so quasi signalisiert, hey, wir sind auf eurer Seite, wir finden solche brutalen Tierkämpfe auch nicht gut. Und das Faszinierende daran ist, und dann haben sie aber immer gesagt, ja, und außerdem, wir haben auch eine gute Marke und da kann man dieses und jenes Tierfutter auch bei unserer eigenen Hausmarke kaufen. Und da gibt es bisher keine Bärenkämpfe. Genau, da gibt es keine Bärenkämpfe. Und die haben quasi Profit eigentlich da rausgeschlagen aus diesem Shitstorm. Das geht natürlich nicht in jedem Fall, aber es zeigt, dass natürlich ein Shitstorm einerseits ein berechtigtes Interesse vertreten kann, dass Shitstorms, das ist auch ganz relevant, tatsächlich sehr oft geht es in Shitstorms auch um Vertrauensverlust. Also dass etwas passiert, wo jemand sich ganz anders darstellt und dann erlebt der User einen Vertrauensverlust und ist umso empörter. Wobei, eines möchte ich schon dazu sagen, das gab es schon auch in der Offline-Zeit früher. Also das gab es auch ohne Internet. Also ich kann mich erinnern, Da hast du dann gefaxt, oder? Nein, nein, ich weiß nicht. Also früher 80er Jahre, ich kann mich in den USA, früher 80er Jahre, Philipp Morris-Konzern. Philipp Morris-Konzern hat einen bei irgendwelchen Senatswahlen, glaube ich, einen Kandidaten unterstützt, ultrakonservativ, Dexaner und damals kam ja auch Aids auf und der hat Aids als Strafe Gottes und man möge gar nicht da hinein investieren in die Forschung, weil, also wirklich so, also ganz schlimm und daraufhin, das ist wie ein Lauffeuer durch die Staaten gegangen, haben Gesundheitsorganisationen, LGBT-Organisationen und so weiter, alle gesagt, so wir brüttieren jetzt Philipp Morris und die Umsätze sind aber wirklich eingebrochen und Philipp Morris musste dann, hat dann Jahre später, also dann haben sie wirklich den CEO gewechselt und dann später haben sie unglaublich viel Geld in die Aids-Forschung hineingesteckt und dann gingen auch die Umsatzzahlen wieder hinauf. Also das gab es auch offline, das muss man schon noch sagen und es gab immer schon noch Wege, natürlich haben da die Medien noch eine stärkere Rolle gespielt und Netzwerke, die natürlich auch physisch waren. Eben das Schwierige ist, es ist ja nicht jede Empörung falsch und es ist auch falsch, den empörten Bürger von vornherein als Bösewicht darzustellen. Sehr oft haben ja Menschen gute Gründe, empört zu sein. Ein gutes Beispiel ist schon gefallen, Heinisch Vosek, die Bundeshymne. Und ein Thema, was mich fast wöchentlich jetzt immer bei jedem Fußballspiel zum Beispiel auf Twitter oder auf Facebook trifft, das ist Gabalier. Und es ist vorhin auch schon gefallen, der Begriff, dass man sich, dass man da vielleicht, dass das Shitstorm auch ein Business Case sein könnte. Das heißt, wie empfindest du das Spiel von Gabalier mit der Bundeshymne im Zusammenhang mit dem Shitstorm? Gibt es da einen Zusammenhang, wo man sich auch wieder positionieren kann und auf dieser Shitstorm-Welle profitieren kann davon? Puh, ob das, ehrlich gesagt, das habe ich jetzt für mich noch nicht so analysiert, ob das eine unglaublich geniale Strategie von Gabalier ist. Was man gewiss sagen kann, dass das nicht so ganz harmlos oder komplett ungewollt ist von Andreas Gabalier, weil er hat nämlich im Vorfeld bekannt gegeben, dass er bei diesem Formel-1-Rennen, wo er dann die alte Hymne gesungen hat, dass er das tun wird. Das zeigt zumindest, dass da ein bewusstes Statement gesetzt wurde, ich finde die alte Hymne gut und die neue Hymne schlecht. In diesem Sinne wurde da sicherlich von seiner Seite Aufmerksamkeit gesucht für dieses Anliegen. Dass es so extrem hochkochte, das hat er sicher nicht kalkulieren können, das ist nämlich das Besondere, wenn zum Beispiel die grünen Frauen, glaube ich, haben das ja auch eigentlich so den Anstoß gegeben, die haben dann einen Protestbrief gegen das geschrieben und dann... Die haben auch nicht damit gerechnet, dass das so eine Welle auslösen würde, glaube ich. Genau, und dann war die ehemalige Ministerin Rauch-Kallert im Fernsehen und dann erst passiert der Heine Schosek. Also das ist... Das sind so klassische Shitstorm-Zyklen. Das hat er sicher nicht planen können. Und dass aber das quasi seine Fans zusammenschweißt, das ist garantiert so, weil das zeigen auch, das gibt so soziologische Thesen und Erklärmuster, warum, wie sich zum Beispiel Neonazis zusammenfinden und was auch Antifeministen zusammenschweißt. Und ich zitiere das auch irgendwo in meinem Buch, dass nämlich Hass hat etwas unglaublich Verbindendes. Und wenn die quasi alle jetzt vielleicht die Ministerin hassen oder zumindest sich ungerecht behandelt fühlen, dann ist das extrem zusammenschweißend für die Community von Gabalier, eine totale Ferndiagnose von mir, aber könnte ich mir gut vorstellen. Und also ihm jetzt auch nicht schaden. Was ich viel, viel bemerkenswerter im Ganzen finde, ist, dass die ÖVP hingeht, also der Sebastian Kurz und eine Social-Media-Kampagne macht, wo er als eines der ersten Testimone Andreas Gabalier einlädt. Weil da gehe ich nämlich eine der polarisierendsten Persönlichkeiten im Internet und hole mir die hinein. Natürlich polarisiere ich damit ungemein, also entweder das ist bewusst oder unglaublich tollpatschig. Und es ist natürlich noch zusätzlich gegenüber sicherlich einigen Frauen in der ÖVP sowie dem Koalitionspartner kein galanter Move. Das hast du gut analysiert. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Also völlig klar mit einer Ebene erweitern, weil wir ja auch von diesen Empörungen gesprochen haben. Was ich schon glaube, da kannst du mich gerne auch korrigieren, falls ich falsch liege, ich glaube, es war schon immer so andersrum. Ich habe als Jugendlicher schon, wenn ich in der Ischlo-Wochenrund schaue, weil ich bin ja in Salzkammer gut aufgewachsen, Leserbriefe geschrieben. Ich habe meinen ersten Leserbrief geschrieben mit 16 oder 17. Jetzt weiß ich endlich, wer die Leserbriefschreiber sind. Damals gab es ja kein Internet. Ich bin ein bisschen älter als du. Ich habe jetzt in der Ischlo-Wochenrundschau einen Leserbrief geschrieben, weil mein geliebter Nussensee, das ist ein kleiner See, der liegt da wunderschön im Wald. Das war aber ein Privatgrundstück und das Privatgrundstück wurde von jemandem gekauft und hat diesen See für die Öffentlichkeit zugesperrt. Und ich habe mich so empört, dass ich einen Leserbrief geschrieben habe. Und nach habe ich kurze Zeit später haben die neuen Besitzer erst zwei Jahre später oder ein Jahr später den See dann doch wieder für die Öffentlichkeit aufgesperrt. Ich habe mich selber ertappt dabei. Als ich den Zug gesperrt habe, habe ich mich bemüßigt, mich so zu empören, dass ich einen Leserbrief geschrieben habe. Als ich es dann aber aufgemacht habe, habe ich keinen Leserbrief geschrieben, um mich zu bedanken, dass sie es wieder aufgesperrt haben. Das heißt, Empörung ist eine stärkere Triebfeder, Leserbriefe zu schreiben. So, ungemünzt auf das Internet. Na klar, Empörung ist so eine starke Emotion, wenn man sie aufregt, wenn man auszuckt oder wenn man einfach stinkesauer ist, dann ist das Adrenalinlevel auf hoch 10 und dann rattert sie in die Tastatur wie noch was. Also, ich würde mich auch zurückhalten, wenn ich so sage, lieber Sebastian Kurz, jetzt hast du aber was Gutes getan. Es ist leider so. Facebook ist noch ein bisschen der Vorteil, man kann zumindest sagen, gefällt mir ein Knopf. Ich habe das auch schon erlebt, ein Posting, wo ich über 100 Likes hatte und nur Postings, wo alle mir sagten, was für ein scheiß Posting das sei. Also, da sieht man ja auch, man ist, wenn man etwas schlecht findet, mehr dazu animiert, etwas zu tun, als wenn man etwas gut findet. Ines? Ingrid? Du wolltest was sagen vorher? Ja, ich wollte in der Tat etwas sagen, ich überlege nur gerade, was das war. Die Geschichte mit dem See ist erstens wunderbar, das See war das. Ein See? Genau. Genuss ein See. Igiko fällt es sicher noch ein, aber ich weiß, wo weg von der Geschichte ist. Ich wollte was sagen zum Thema Leserbrief. Wie hast du da unterschrieben? Mit deinem eigenen Namen, mit einem Pseudonym oder? Ich habe mit meinem eigenen Namen geschrieben. Ich habe allerdings eine Zeit lang und ich weiß gar nicht mehr, warum. In der queeren Community waren Pseudonyme immer schon sehr populär. Bei Drag Queens sowieso, und das ist ja auch im Zusammenhang von Facebook jetzt sehr interessante Diskussion gewesen bei der Klarnamenpflicht und so. Und ich habe dann, ich war ja manchmal Chefredakteur von einem LGBT-Magazin, da hatte ich einen anderen Namen mehr als zugelegt und eigentlich eher aus einer kulturellen Tradition. Ich habe mir überhaupt nicht weiter darüber nachgedacht. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, wieso eigentlich? Die Tradition kam natürlich aus einer Zeit in der, man darf nicht vergessen, Homosexualität war bis 1971 verboten in Österreich. Das heißt, man hatte, um andere nicht verraten zu können, also die Leute hießen Schlappenpäder oder die Kaiserin Sissi von Eidling oder die solche Namen hatten die Leute. Und das war aber auch ein Schutzmechanismus. Und deswegen ist, ich glaube, das ist auch ganz wichtig in dieser Anonymitätsdebatte, dieser Schutzmechanismus, denn auch Pseudonyme oder auch Anonymität, was du ja in deinem Buch auch sehr gut darlegst, weil ich habe damals auch Pseudonymen, im Nachhinein wäre es nicht notwendig gewesen. Nur ich war, ich kann die Gedanken aber schon, ich war jung und ich wusste ja noch nicht, wo mein Weg mich hinführt. Und ich wusste nicht, komme ich ja mal irgendwie in eine Firma, wo das vielleicht nicht so gern gesehen ist, dass in meiner Biografie steht, Chefredakteur oder Redakteur eines lesbisch-wulen Magazins. Also habe ich mir gedacht, ich sichere mich mal ab und nenne mich anders. Würde ich heute nicht mehr tun, aber damals habe ich das getan. Es gibt ja auch zwei Studien im Buch, die genau so ein Phänomen beschreiben und so drei Typen gegenüberstellen. Das heißt Klarname, Mixform, Anonymität und eine Statistik davon, kurz haben wir skizziert, ist im Buch schöner dargestellt. Ja, da sind so die drei Typen gegenübergestellt. vielleicht von einer Seite aus genau erklärt, was es damit auf sich hat. Genau, also vielleicht noch ganz kurz zu der Geschichte. Ich finde das eigentlich auch sehr interessant, weil das war für mich so eine Erkenntnis, man glaubt immer, Menschen sind anonym, entweder weil sie etwas zu verbergen haben oder weil sie wirklich Angst haben vor einer Repressalie. Und was man überhaupt nicht bedenkt, ist, dass es ganz viele unterschiedliche Gründe gibt, warum auf jemand Anonymität wählt. Zum Beispiel, weil es in einer Community üblich ist oder weil, ich habe das Beispiel eines chinesischen Bloggers gleich am Anfang drin, der sich Michael Antti nannte und mein Verdacht war, der wollte sich vor den chinesischen Zensoren schützen und der wollte in Wirklichkeit vor den Repressalien sich da schützen, indem er einen anderen Namen wählte. Und der hat zu mir gesagt, nein, und ich war ganz überrascht, nein, weil die chinesischen Zensoren wissen ohnehin, wer die Leute sind. Man braucht, also er sagt, man braucht nicht davon auszugehen, dass es tatsächlich diese Anonymität in China gibt, aber für ihn war der andere Name, das Pseudonym Michael Antti, ein Signal für sich selbst, dass er mutiger wird, dass er quasi jetzt der mutige Blogger ist und er sagt, früher im Studium war er oft nicht so mutig und hat nicht immer seine Meinung gesagt und er wollte mit Michael Antti sagen, dass er Anti-Establishment ist und tatsächlich war er mutiger, als er sich die andere Identität zulegte und er will heute nur noch mit dieser Identität bezeichnet werden und das fand ich total beeindruckend, weil meine ganzen Vermutungen, was diesen Schutz oder gerade dieses Schutzbeispiel von chinesischen Bloggern, das immer kommt, total entkräftet hat, aber andererseits so gezeigt hat, wo der Wert von Anonymität sein kann oder Pseudonymität und das ist ganz relevant, weil der Michael Antti, um auf deine Frage zu kommen, der hat quasi ein fixes Pseudonym, der hat, ich weiß nicht, wie viele Tausend Follower auf Twitter, wo er aus Michael Antti unterwegs ist und er hat auch sogar in Harvard studiert und hat dort unter Michael Antti quasi ein Zertifikat bekommen, also das ist alles eine fixe Identität, aber eigentlich ein Pseudonym und es gibt eine interessante Studie eines südkoreanischen Forschers und eines italienischen Forschers, die beide in den USA forschen, Alessandro Aquisti und Degon Cho heißen die und die haben sich angeschaut, wer postet mehr Hasspostings, wer postet mehr Beleidigungen und haben drei Usergruppen unterteilt in Zeitungsforen, nämlich die ganz anonym, das waren die Zeitungsforenposter wie Blaubeer 321 im Standardforum, die sind deswegen recht anonym, weil es kein Profil dahinter gibt, weil diese Name einmal im Internet auftaucht und nicht mit etlichen anderen Profilen verlinkt ist. Dann haben sie sich angeschaut, Pseudonyme in Social Media, die aber eine fixe Online-Identität darstellen, wie zum Beispiel, wenn ich einen Twitter-Account habe als Blaubeer 321, aber dort 300 Follower und dann habe ich vielleicht auch noch einen Facebook-Account, auf den ich verlinke, wo jetzt nicht mein Klarname ist oder ich habe eine Webseite, wo ich ihn verlinke, aber ich bin schon physisch präsenter und ich habe zum Beispiel 321 Follower, die womöglich sehen, was ich im Standard poste und wenn ich einen Unsinn poste, sagen die, na, dem will ich jetzt nicht verfolgen. Und dann die Klarnamen-Poster bei Facebook. Man muss sagen, die Klarnamen-Poster waren tatsächlich die, die am wenigsten Beleidigungen verfasst haben. Das ist die Linie ganz unten. Genau. Aber das Interessante ist, dass die mit der fixen Online-Identität, also dem Pseudonym, das fix ist, auch deutlich, also dann gleich danach kommen oder kurz darauf kommen und auch weniger aggressive Postings verfasst haben als die ganz anonym. Und das zeigt so irgendwie, dass eigentlich ganz besonders entscheidend ist, dass ich mir um meinen Ruf Sorgen mache. Also, dass ich will, dass die Leute, ich glaube, ich bin der allerletzte Ungustel, das führt dann dazu, dass die Leute sich eher zurückhalten. Und das ist eigentlich ein schönes Signal, dass man sieht, man kann mit Pseudonym auch einen angenehmen Ton herstellen. Was es auch schon früher offline gab. Unter Journalisten, da gab es ja auch oft eine zweite Identität. Das gibt es in der Kunst ja auch schon lange. Also, wenn ich jetzt überlege an die Hardrock Kiss mit ihren Masken, die man nie privat, also das war einfach, wahrscheinlich hätten die Privatwände es einfach Hardrocker gewesen, wie die anderen auch. Aber durch diese Maske waren sie etwas Besonderes und konnten auch etwas Besonderes tun. Drag Queens sind immer noch ein gutes Beispiel, finde ich. Oder jetzt war eh gerade der Crow mit seiner Panda-Bär-Maske. Also würde er das ohne machen, wäre er wahrscheinlich ein langweiliger Rapper wie viele tausende andere Rapper auch. Aber so ist er etwas Interessantes. Aber er hat auch einen Ruf zu verlieren, weil er muss ja auch Platten verkaufen. Oder Downloads heutzutage. Platten. Platten. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ist schon die Frage, richtet sich gegen eine Organisation oder gegen eine Person? Weil ein richtig dramatischer Shitstorm, den würde man kaum einer Person wünschen, also als Einzelperson. Und das mit dem Durchtauchen, das finde ich eine sehr berechtigte Frage, weil zu einem gewissen Grad werden Shitstorms gegen einzelne Firmen vielleicht auch überbewertet, weil viele Menschen zum Beispiel noch immer auf Amazon bestellen. Also es hat ganz offensichtlich noch nicht dazu geführt, dass die Pleite gehen. Andererseits würde ich schon behaupten, dass deren Image komplett anders ist seitdem aufgedeckt wurde, wie die mit ihren Mitarbeitern in den Lagern umgehen. Also es ist irgendwie total schwierig, das zu bemessen, was ein Shitstorm wirklich anrichtet. Oder ein anderes Beispiel? Es geht auch andersrum. Ich hätte mir ein anderes Beispiel. Damals, als das Museumsquartier die mitgebrachten Getränke verboten hat, ist auch ein Shitstorm ausgebrochen gegenüber der Institutionen Museumsquartier. Da hat es ja sogar einen Protest vor Ort gegeben. Und das war ja eigentlich ein Shitstorm, weil die Menschen diese Institution so lieben. Weil sie weiterhin dort sein wollen. Das Dosenbier lieben, ja. Nein, aber auch den Ort. Ja, oder? Ich meine, das fand ich insofern eine ganz interessante Shitstorm, weil sie wollten die Institution sozusagen retten, wie sie war, wenn man so will. Also eine Währung ist zum Beispiel das rote Stricherl im Standard. Das ist wie Crack für Trolle. Das ist eine harte Währung für Trolle tatsächlich, wenn ich rote Stricherl im Standard habe oder es gibt ja in manchen Frauen durchaus dann so Dislike-Möglichkeiten, die sammeln das, das heizt sie total an. Und was auch die Währung ist, also was treibt sie an? Da gibt es eine wunderbare Studie, die heißt Trolls just wanna have fun von kanadischen Forschern und die fanden heraus, dass Trolle, viele Trolle psychopathische Tendenzen haben oder das nennt man Machiavellismus verfolgen. Also eben, was ich vorhin beschrieben habe, Machiavellismus, das Gefühl, dass ich andere Menschen manipulieren kann und psychopathische Störung ist, die bekamen dann zu fragen, es freut mich, wenn andere Menschen psychisch Leiden spüren und die geben dann an, ja. Oder sie geben dann auch an, dass sie eben quasi real life gerne so Szenarien herstellen, wo sie sich dann über sowas, wo sie Schadenfreude erleben. Und da gibt es dann so Indikatoren, dass jemand eine psychopathische Störung hat und diese Trolle haben auffallend oft, treffen da wirklich zu, also die Öres in der Bevölkerung. Und zur politischen Kommunikation, ich meine, ohne Empörung hätte es keine französische Revolution vermutlich gegeben. Das heißt, Empörung war immer schon eine starke Triebfeder für weltveränderte Maßnahmen, für Politik, für Auseinandersetzungen, auch für die Demokratie. Ich glaube, was wir sehr stark aus dem Blickfeld genommen haben, ist die Tatsache, dass wir mittlerweile alles emotionalisieren, von den Wahlkämpfen bis zur politischen Debatte. Das ist das, was ich ganz am Anfang auch die Boulevardisierung genannt habe. Es geht oft sehr wenig um konstruktives Ringen um eine Lösung zu unterschiedlicher Ideologien, unterschiedlicher Parteien, was ja eigentlich, also wir inszenieren den Streit mittlerweile sogar zu einem erheblichen Grad. Das kann sogar manchmal sogar parteiintern irgendwo sein. Das kann in jeder Partei vorkommen. Und diese Boulevardisierung und dieses Emotionalisieren ist ein starkes Wahlmotiv, ein extrem starkes Wahlmotiv. Wir wissen alle, machst du ganz nüchterne Plakate, dann wähl dich kein Mensch. Das wissen die Spindoktoren alle. Ja. Und das Problem ist schon, glaube ich, dass die politische Kultur, wie wir in der Politik selber miteinander diskutieren, sich immer stärker auch beeinflussen lässt von dem, was draußen passiert. Das ist nicht nur das Internet, das ist auch sehr stark der Boulevard. Und dieses sich ständig empören, ständig sich aufplustern. Also ich habe eh gerade dir im Vorfeld erzählt, ich finde das immer ganz interessant, ich kenne ja politischen Streit auf allen Ebenen. Ich kenne es, wenn man verhandelt und mit jemand in einer Tür sitzt, mit einer verschlossenen Tür und kein Mensch kriegt mit, was da gesprochen wird. Und ich kenne politischen Streit öffentlich, so öffentlich, wie es nur geht. am härtesten und am brutalsten gestritten wird im Internet. Auch zwischen den Politikern, übrigens auch zwischen Journalisten und Journalistinnen. Also wenn man manchmal Twitter anschaut, also mit welchem Ton da Menschen miteinander reden, also und auch welcher Paternalismus plötzlich auftaucht bei hoch angesehenen, seriösen Journalisten, oder selten bei Journalistinnen, dann überrascht mich das sehr. Und ich frage mich auch manchmal, wie man da rauskommt. Ich glaube, das ist halt meine Lehre für die Politik jetzt, weil wie kannst du jetzt das Internet oder Meinungen und Partizipation auch im besten Sinne organisieren, im Internet auch vorantreiben, weil Meinungsbildung ist ja das Grundwesen, das schreibst du ja auch in deinem Buch, Meinungsbildung geht ja vor jedem Kreuzerl und vor jeder Abstimmung ja, nein, voraus und ist einer der wesentlichsten Elemente. Und wie man da wieder sozusagen mehr Sachlichkeit, mehr auch konstruktive Kritik, konstruktive Auseinandersetzung erstellt, ist eine berechtigte Frage, ich glaube, dass die, also ich merke das in meinem engsten Freundeskreis sogar, übrigens bei Gott nicht alle Grünen wählen, dass sie langsam auch, warum haben wir so viele Nichtwähler und Nichtwählerinnen, es kostet sich schon an, es interessiert sich, sie wollen ja im Internet auch eine gewisse Form der Behaglichkeit und immer dieses Gegeneinander und ständig wie Scheiß ist der andere, das ist unbehaglich, es ist unangenehm und ich glaube, dass die Politik selber da was ändern muss, allerdings natürlich, ich frage mich auch, ob der Auftrieb der Rechtspopulisten mit der zeitgleichigen Aufstieg von sozialen Medien, von Shitstorms, von Empörungen, von Verschwörungstheorien, ob das miteinander zu tun hat, das wäre eine sehr interessante Studie im Übrigen, auch auf die Tea Party oder so. Ich möchte noch kurz auf dieses Thema der Boulevardisierung einsteigen, weil das ist, wir reden ja sehr viel über Social Media und das bei Social Media falsch läuft und gerade in Österreich haben wir eine wunderbare Situation, wo sich dann auch Medien auf diese Shitstorms draufsetzen und auf eine ziemlich mitunter gemeine Art und Weise den Shitstorm mitreiten. Mein Lieblingsbeispiel ist Wolfgang Fellner, als die Geschichte mit der Elke Lichtnecker war, die Ö3-Moderatorin, die in einem, nicht einmal ein richtiges Interview, sondern bei einem Besuch einer Behindertenwerkstatt einen missglückten Sager machte, eine depperte Geschichte erzählte, die nicht so ankam, wie sie sich das vorgestellt hatte und das dann quasi öffentlich wurde, aber eigentlich trotzdem ein ganz harmler Fall die hat dann einen Shitstorm geerntet und die ist dann von tausenden Usern bombardiert worden für ihre angeblich gemeine Haltung gegenüber österreichischen Bands und dann sind sie auch noch Dinge vorgeworfen, wie das dann immer passiert gegenüber Frauen, dass sie sich ja eh nur hochgeschlafen hat und dass sie so dumm sei und dass alle beim ORF so furchtbar seien und so weiter und so weiter. Also haben sie dann alle möglichen Dinge vermengt und es war wirklich eine furchtbare Situation auf der Ö3-Seite und ihrer eigenen Fanseite in ihrem E-Mail-Postfach überall und was macht Österreich? Sie setzen drauf und berichten breit überall darüber. Nicht einmal Position beziehen oder so, aber sie setzen ordentlich drauf auf der Webseite. Warum? Weil das Klicks generiert. da hat man schon, das ist eine gemeine Situation, dass ich dann als Online-Medium natürlich auch schaue, dass der Traffic dann zu mir kommt und ich damit eigentlich Kohle mache, weil es meine Werbegelder mitfördert und das ist dann halt total verlogen, weil dann wird dann in meinen Augen, weil dann wird dann so Mitleid zum Teil suggeriert, ohne da wirklich klare Positionen zu ziehen, ohne auch vielleicht versuchen, es deeskalierend einzuschreiten und was passiert ist, dass die Leute auf der eigenen Seite da ordentlich dann wieder mitposten und dass dann erst recht auch dort so ein Klima entsteht. Ich glaube nicht, dass alle Medien das deswegen machen, aber ich glaube, gerade im Boulevard ist das oft so, dass die sich besonders früh auf solche Sachen draufsetzen oder das Video der betrunkenen Lokalpolitikerin neulich, das die meisten von uns nie gesehen hätten, wenn das nicht in Wirklichkeit über das Boulevard groß gespielt worden wäre. Also sehr oft wird Social Media irgendwas vorgeworfen, was sehr wohl vom Boulevard stark mitbetrieben wird. Und warum? Einerseits, weil es eben die Klicks bringt und andererseits, ähnlich wie bei Wahlkämpfen, warum gehen immer alle Wahlen im Vorfeld so knapp aus und im Nachhinein kommt man drauf, die waren überhaupt nicht so nah beisammen. Offensichtlich gibt es da riesige, also hätte man schon vorsehen müssen, dass eine Partei weit vorne liegt, weil Zeitungen damit Exemplare verkaufen, dass ein angeblich knappes Rennen dahergeschrieben wird. Die Partei übrigens auch, weil die beauftragen meistens die Meinungsvorschussinstitute. Genau. Da geht auch um Mobilisierung. Genau, und das ist halt der Wahnsinn an dem Ganzen, dass da alle versuchen, so eine polarisierende, enge Situation zu schaffen, obwohl die, wenn man es nüchtern betrachten würde, so offensichtlich nicht bestanden. Ach, Heuble Strache freuen sich schon auf das Duell, weil damit können sie die kleinen Arten fertig machen, ist ja logisch. Ich habe noch bei der politischen Kommunikation eine Sache vergessen, was es schon für die Politiker und Politikerinnen als Personen, als Menschen, sage ich jetzt auch ganz bewusst, bedeutet, ist die Authentizität, die musst du ganz anders online erzählen. Das haben noch nicht alle begriffen, das haben eigentlich die wenigsten begriffen, muss man dazu sagen. Auch zum Beispiel, wenn man auch, manchmal bin ich auch durchaus mal polarisierend oder mal ein bisschen angriffiger in Formulierungen oder so, dann muss man auch dazu stehen oder auch mal sagen können, ja, jetzt habe ich das vielleicht ein bisschen zu scharf formuliert und es tut mir leid. Auch dann wirklich auch mal dazu stehen und man wird erstaunt sein, wenn man ganz offen damit umgeht, dass man ganz schnell eine Diskussion auch schon wieder vorbei ist, weil das ist erstaunlich akzeptiert. Wenn man sagt, na, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder da habe ich jetzt übertrieben formuliert. Da möchte ich einen Gedanken dazu werfen und dann, ich weiß, wir haben eine Wortmeldung, aber ich möchte ihn kurz anführen, weil das stimmt im Grunde hast du absolut recht, nur wenn man sich die derseitige politische Situation anschaut und eine gewisse negative Grundhaltung gerade gegenüber der Koalition, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob da das überhaupt so möglich ist, weil zum Heinisch-Russek-Posting zurück, da hat sie, finde ich, authentisch reagiert. Da hat sie als Frauenministerin gesagt, mit einem koketten Posting, so ist unsere Hymne, sie hat dann drüber ein Zmika-Smiley geschrieben, zur Erinnerung an Andreas Gabalier oder eine kleine Lernhilfe für Andreas Gabalier und hat dann den Hymnentext gezeigt. Kann man sagen, das ist kokett, aber es ist auf jeden Fall authentisch. Das ist eine Politikerin, die sich in ihrer gesamten Laufbahn mit Feminismus beschäftigt hat und dann Frauenministerin geworden ist, die Hymne verteidigt und das mit einem Augenschmunzeln, das ist total authentisch und dann würde sie dafür geprügelt. Also da ist das Problem, dass eigentlich eine unrealistische Erwartungshaltung an die Politik im Allgemeinen herangetragen wird und wenn sie dann macht, was man von ihnen verlangt, nämlich authentisch sein, dann wird sie für diese Authentizität mitunter geprügelt. Also schon eine schwierige Situation. Wobei ich bei der Heinisch-Russek auch gedacht habe, ich hoffe, sie bleibt da standhaft, weil ich finde, auch das gehört zu einem Schützturm dazu, einfach weiterhin dazustehen, gnadenlos weiterhin dazustehen, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass das passt, was man geschrieben hat. Man muss sich ja nicht so immer entschuldigen, aber ich habe das nur erlebt, ich habe manchmal auch ein bisschen zu überspitzt formuliert. Don't feed the troll und das ist wirklich schwierig, weil das heißt immer und es stimmt in vielen Fällen, kann ich manches tatsächlich totschweigen und mir eine unangenehme Debatte verhindern, indem ich nicht auf jeden Unsinn einsteige. Aber manche Trolle sind emotional so untergriffig, dass es verloben wäre oder gemein ist von der Person zu verlangen, dass sie darauf nicht reagiert. Ein Beispiel, es gibt ja oft so Kondolenzseiten auf Facebook, wenn Jugendliche sterben. Also ein Jugendlicher stirbt und seine Seite wird dann umgewandelt in so eine Art Kondolenzbuch, wo dann die ganzen Online-Freunde schreiben, du fehlst mir so und was auch immer. Und ein Sport für manche Trolle ist es, dass sie genau dort hingehen und dann schreiben, haha, ich freue mich so, dass du tot bist und du bist so dumm, weil du hast dir selbst das Leben genommen oder was auch immer. Die schreiben wirklich so furchtbare Dinge. Und ich bringe das immer als Beispiel, weil wie kann man der Familie sagen, sie soll das dort stehen lassen und nicht darauf reagieren. Also das ist ja das Furchtbarste, die lesen das und wenn sie es löschen, ist es eine Reaktion, weil der Troll weiß, aha, es hat zumindest jemand gelöscht. Wenn sie darauf posten, ist es eine Reaktion. Das heißt, muss man falsch reagieren. Genau, also in Wirklichkeit musst du auf so etwas reagieren. Was das größere Problem ist, also einerseits Räume schaffen, wo es Trolle nicht so einfach haben, also wo zum Beispiel dann Leute darauf reagieren und in Zeitungsforen Räume schaffen, in denen Trolle nicht dauernd die Oberhand gewinnen. Also wenn sie dauernd merken, dass wenn sie hundertmal posten, 99 Postings durchkommen und 99 Postings sind verdammt untergriffig, werden sie weitermachen. Wenn sie merken, von ihren untergriffigen Postings kommt kein einziges, dann werden sie woanders hingehen. Das ist was bei Zeit Online passiert, die wirklich alle Postings lesen. Ich tue das jetzt noch einmal auf die Politik kurz sozusagen umlegen, weil das, was es online gibt, gibt es ja zum erheblichen, gerade auch offline. Es gibt ja auch eine Trollpartei, so nenne ich sie mal, die relativ stark ist in Österreich. Und es war, es ist ja in den, bei den anderen Parteien natürlich immer eine Frage, wie gehst du auf bewusst Provokante, Aussendungen, wie gehst du damit um? Also wenn die FPÖ wieder eine Aussendung macht, ganz, also die OTS-Aussendungen sind ja auch wirklich schlimm, gegen Asylwerber, gegen Frauen, gegen was auch immer, gegen antifeministisch, was auch immer, dann weiß, dann wissen wir ja, die warten jetzt darauf, hoffentlich reagieren die Grünen. Weil, wenn die Grünen reagieren, ist das für die Journalisten eine Geschichte. Wenn niemand reagiert, und es gibt nur diese FPÖ-Aussendung, dann ist es für die Journalisten keine Geschichte. Weil da haben sie ja nur diese eine Sichtweise. Und das ist ein Riesenproblem, weil reagierst du nicht darauf, dann kommen natürlich die anderen, ihr seid doch die Kämpfer gegen den Faschismus, ihr müsst darauf reagieren, ihr könnt ja nicht so faschistische Statements einfach so stehen lassen. Und davon leben die Trolle ja auch in Wahrheit. Weil die sagen, so einen Scheiß, das kannst du nicht unkommentiert da einfach so stehen lassen. Und gleichzeitig, also man feedert sie leider immer. Und wenn es nur ein Rotspricherl ist. Oder wenn es Löschen ist. Dann ist man die Zensurbehörde. Ein Troll allein macht keinen Shitstorm. Ein Shitstorm muss genug Menschen emotional, also ein Thema muss genug Menschen emotional bewegen, dass sie sich zum Beispiel zu etwas zusammenraffen. Oder gemeinsam dann mit einem Hashtag gegen jemanden vorgehen. Aber zu dem Beispiel, das ich lustigweise wirklich noch nicht kenne, klingt aber wirklich sehr unterhaltsam, das ist ein höchst kreativer Zugang. Aber was das im Kern ist, in meinen Augen, ist Moderation. Die hätte genau ausschreiben können, wie die Zeit online, gekürzt, da unsachlich, bitte seien sie das nächste Mal nicht so emotional, die Redaktion. Also es ist nur die lustigere und gemeinere Antwort. Genau, aber das ist... Vor allem ist es ja zeitintensiv. Natürlich. Es ist ihre zeitintensiv, ja. Aber das Besondere ist eben, das ist ja der große Irrtum. Natürlich kann ich mit Moderation das Forum komplett anders führen. Nur in riesengroßen Zeitungsformen ist das eigentlich extrem viel Arbeit, die dann kommt. Und das wollen sich viele nicht leisten. Beziehungsweise, ich glaube, vielorts ist lange das Problem auch überhaupt nicht gesehen worden. Also die Bedeutung des Ganzen. Ich glaube, das ändert sich langsam schon. Aber die Problematik, dass wenn ich wirklich viele tausend Postings habe, wie ich das manage, ist riesig. Ich möchte noch mal kurz zurück zur Zeit, um zum... Gehme zu Lösungen. ...zur Lösung zu kommen, ja. Und das ist jetzt kurz angesprochen worden. Genau, die Zeit hat ja über 10.000 Postings in der Woche. Und es ist der Begriff schon in der Moderation gefallen. Ja, das heißt, was ich dem Buch entnehme, ist, es gibt zwei Redakteure plus zwölf Moderatoren, die die Kommentare wöchentlich und täglich eigentlich filtern und checken, ist das okay, ist das nicht okay. Und die Zeit Online macht das auch sehr transparent, was gelöscht wird. Das heißt, das wäre ein Lösungsansatz im Bereich des Journalismus. Genau, also die Zeit Online ist da im deutschsprachigen Raum wirklich ein Vorreiter. Das machen übrigens auch andere Medien, aber eher in anderen Ländern dann. Also zum Beispiel in den USA hat auch die New York Times ein sehr gutes Community Management. Und die gehen einfach so darüber, dazu über, oder die Hand haben das so, da kann man gar nicht unter jedem Artikel posten. Da muss das extra freigeschaltet werden vom Community Team. Und die schalten es nur dann frei, wenn sie sagen, sie haben gerade die Ressourcen und genug Mitarbeiter zur Verfügung, damit das zeitnah gelesen werden kann. Und ich finde, das ist ein total spannender Zugang, wenn man schon darüber nachdenken kann, ob die Logik stimmt, dass ich, wenn ich gerade Hausnummer, 100 neue Texte auf meiner Webseite habe, ob ich wirklich bei allen die Ressourcen haben kann, dass ich da alles lese. Oder ob ich nicht versuche, die wichtigsten Themen, ähnlich macht es die Süddeutschen, nur auf viel reduzierteren Bereich, da sind es nur drei Themen des Tages, wo es stark moderiert wird. Aber ich finde, im Notfall finde ich so eine Lösung ehrlicher, als ich lasse alles offen und kann dann aber nicht mehr garantieren, dass ich halt wirklich ärgste Dinge nicht rechtzeitig erkenne. Und andere Lösungen sind auch, abseits der menschlichen Komponente oder der Mitarbeiterkomponente ist, dass ich versuchen kann, in manchen Bereichen, dass die Community die Arbeit selbst übernimmt. Ich habe ja vorher darüber geredet, dass fixe Online-Identitäten ein super Weg sind, um einen Teil der Aggression rauszunehmen. Und eine Seite, die das extrem gut macht, ist Stack Overflow. Die kennen nur Programmierer meistens. Das ist so eine Hilfeseite. Ich poste, dass ich beim Programmieren auf ein Problem gestoßen bin und finde nicht die Lösung und sage, woran scheitert es? Und dann schreibt jemand, weil du in der Zeile so und so, das musst du so und so machen. Und also mehrere Leute posten. Und wenn ich eine gute Frage stelle, kriege ich Punkte dafür und wenn ich eine gute Antwort liefere, kriege ich auch Punkte. Und das ist total ein spielerisches Prinzip, wo ich, je mehr ich quasi beitrage zur Community, desto mehr Punkte sammle ich. Und je mehr Punkte ich habe, desto mehr Rechte habe ich im Forum. Also ich darf dann später auch so Sachen wie ich darf einen Beitrag, der im falschen Unterbereich geschrieben worden ist, verschieben. Ich darf dann auch später in fremde Postings also mitmoderieren. Total beeindruckend. Und weil die so eine engagierte Community haben, funktioniert das ihre gut. Und die haben auch so sogenannte Badges. Das sehe ich mit einem Blick, wie viele Punkte der User hat und ungefähr, wie lange er dabei ist. Und ich habe also mit einem Blick so dessen Online-Identität erfasst und die wichtigsten Kennzeichen. Und jemand, der dann, weiß ich, was weiß ich, 30.000 Punkte hat, der wird nicht hingehen und sagen, hey, das ist ja die dümmste Frage, die ich jemals gelesen habe, bitte geh woanders hin. Weil der weiß, dann verliert er sofort Punkte. Und das ist ein Tool, damit die Menschen sich verantwortlich fühlen für ihre Online-Identität. Das funktioniert allerdings eher nur bei hochspezialisierten Foren. Weil beim Tageszeitungsforum habe ich nicht die gleich engagierte Community. Das ist halt der wesentliche Unterschied, den man immer nennen muss. Dankeschön. Nur ein kleiner Hinweis. Ich habe ja auf meinem Blog früher jeden kommentieren lassen, auch anonym. das heißt, ich hatte natürlich dann plötzlich auch, das war mühsamer, weil ich musste teilweise Dinge löschen, die schon online waren. Also das ging von Todesdrohungen oder Wünschen, wie ich doch bitte zu sterben hätte. Und, 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 und. Schon ziemlich schlimm. Ich habe es aber manchmal stehen lassen und mir dachte, damals war ja noch so ein bisschen die Phase, lassen wir es ruhig stehen und zeigen wir, was es so alles gibt in der Gesellschaft. weil es wie ein Mahnmal sozusagen. Ich bin jetzt schon noch damit darauf umgestiegen, dass ich jedes Kommentar auf meinem Blog erst freischalte und wenn jemand schon mal freigeschalten war, weil ich weiß, der Konstruktivte wird automatisch freigeschalten. Also dann tue ich da nicht mehr eingreifen. Einfach um die Idioten loszuwerden. Bei den Lösungen möchte ich allerdings schon auch noch über Politik, Recht und Gerichte auch noch reden, weil ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Oder soll ich gleich? Gleich. Es kommt ja auch in deinem Buch. Aber sagst du es. Nein, was ich schon wichtig finde ist... Todesstrafe für Poster. Nein. Soll ich jetzt den Shitstorm hervorrufen? Nein, nein. Ich bin übrigens Ingrid wirklich dankbar für dieses Buch. Das möchte ich auch schon noch sagen. Ich glaube, das ist eine ganz wertvolle... Und eigentlich sollten alle, die irgendwie mit Online-Kommunikation zu tun haben, auch eine politische Welt. Sollten Sie das wirklich gelesen haben. Weil ja die demokratiepolitische Frage auch gestellt wird, zu Recht. Aber auch, wofür sind eigentlich ein Rechtsstaat da? Und das ist einer der wesentlichsten Punkte, weil ja die Trolle, ich nenne sie jetzt einfach mal so, und sie ist ja nicht nur die Trolle, jetzt einmal davon ausgehen, dass die Meinungsfreiheit über allem steht. Also dass die Meinungsfreiheit das absolut wichtigste Gut ist vor allem anderen. Und wie du richtigerweise auch schreibst in dem Buch, und das ist ja auch, weil ich komme ja aus der Antidiskriminierungsecke, also das kommt aus meinem Herzen, gibt es allerdings Interessen, die dem gegenüberstehen. Nämlich, wenn es um Verhetzung geht, wenn es um Mobbing geht, wenn es um Stalking geht, wenn es um dergleichen. Und die Politik ist schlussendlich dafür da, die Gesetze zu schaffen, die sagen, wo können Personen geschützt und was muss eine Gesellschaft auch demokratisch aushalten, auch das gehört dazu. Und auf der anderen Seite, ja, und natürlich dann die Justiz selber, die natürlich sich Einzelfälle anschauen muss mit dem Rüstzeug, das wir als Politik ihnen sozusagen von der Legislative in die Judikative übergeben. Und ich finde ja auch die Beispiele der Südkorea und auch Staaten wie China, wo es so einen Individualschutz in dem Sinne keine Kultur hat oder keine politische Kultur hat, im Gegensatz zu Europa, wo dieses Schutz des Individuums immer eine stärkere Rolle gespielt hat, ganz wesentlich. Wir diskutieren jetzt gerade neu den Verheizungsparagrafen. Das steht jetzt gerade wieder zur Diskussion. Und dieser Verheizungsparagraf ist natürlich so ganz ein klassisches Beispiel davon, wie man dann auch als Gesetzgeber oder Gesetzgeberin einfach Dinge auch verbieten kann. Ganz bewusst verbieten kann. Man darf nicht vergessen, vor zehn Jahren hat es noch nicht einmal ein Anti-Stocking-Gesetz gegeben in Österreich. Das ist erst eingeführt worden. Das war erlaubt. Von rechten Sicherheitspolitiker wird immer gesagt, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein und das Internet ist absolut kein rechtsfreier Raum. In der Tat ist eher das Problem, dass es an quasi ausredizierten Fällen fehlt, wo wirklich so Benchmarks gesetzt werden im Rechtsstaat und andererseits eben, das glaube ich auch tatsächlich, dass die Awareness in Justiz und Polizei, was Online-Attacken betrifft, noch ausgebaut werden muss. Es gibt, das ist mal es gibt ja im Regierungsübereinkommen wird Cybermobbing, Cyberkriminalität, Cyber, 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 und man hat hundertmal erwähnt, also es ist ein Riesenkapitel, die Mitgliedleitern betont das ja auch in jeder Rede, wie wichtig das ist. Ich habe Sie schon noch einmal gefragt, was denn jetzt der Unterschied sei zwischen Cybermobbing und Mobbing? Weil Mobbing ist Mobbing. Im Internet hat natürlich die dramatische Auswirkung, dass viel mehr das noch mitkriegen, das stimmt schon. Nur ich glaube auch, dass, das sagt zum Beispiel auch der Max Schrems in so einem Datenschutz jetzt zum Beispiel, dass wir haben einen Datenschutz aus guten Gründen erfunden und es gibt überhaupt keinen Grund, das im Internet anders zu sehen. Es gibt keinen Grund, das Briefgeheimnis nicht aufrecht zu erhalten. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, Mobbing anders zu sehen, weil es im Internet passiert. Es ist eine Straftat. Punkt. Und es ist auch völlig wurscht, ob das am Schulhof passiert oder auf Facebook. Es ist eine strafbare Handlung. Gut. Ich sage danke für die Diskussion. Danke, Ingrid Podnik. Danke, Marco. und für etwaige Fragen und kurzen Diskurs stehen wir nachher noch zur Verfügung. Aber ja. Dankeschön. Applaus Also, m... Danke, Ouri. ... Vielen Dank.